Willkommen zurück zu The Blackwell Legacy. Also finden wir mal raus, wo es jetzt hingeht. Ich denke mal, wenn wir wirklich zum Deacon müssen, dann müssen wir gleichzeitig zu Susan. Denn wir wissen ja... Okay, wir brauchen auch nicht viele Optionen. Bitte beinahe, dass die Besitzendehöhungen jetzt übernommen sind. Oh, gut. Sieht so aus, dass wir bis zum nächsten Mal warten müssen. Keine Ahnung, Toots. Erinnerst du, was sie gesagt hat? Der Deacon kommt zu ihr in der Nacht, wenn sie schläft. Warten bis zum nächsten Mal, wird uns nicht gut. Was? Denkst du, dass wir direkt in Susans Raum waltzen können? Natürlich. Wie? Improvisiert, Lieber? Das ist, was diese Giga alles anbelangt. Und dann vermutlich an der Wache vorbeizukommen. Hm, das könnte lustig werden. Machst du irgendetwas, was mir die Möglichkeit gibt, die Schlüsse zu bekommen? Woah! Hold on there! Okay, war ja klar. Ähm... Ich brauche zu Susan Lee zu sprechen. Kann ich sie sehen? Die Besitzendehöhungen sind über. Bis zum nächsten Mal. Sie ist wahrscheinlich schlafen bis jetzt. Nein, sie ist nicht. Danke! Danke! Fussbox-Key? Ich könnte wahrscheinlich etwas damit machen. Ich denke nicht, dass ich keine dieser anderen... ... ... ... Fussbox? Ich könnte wahrscheinlich... Ich dachte jetzt wirklich gerade, nachdem er da angefangen hat... ... 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 Wenn er schon so hervorhängt will. Ich hab's so schnell, dass es geht. Versuch dahin zu klicken. Okay, super. Äh. Ich hoffe, du kennst dich besser einen Platz, wo du in die Tür findest, wenn du sie in die Tür befestigt hast. Move. Okay, vielleicht sollen wir das am Anfang ganz bewusst nicht schaffen. Weil die Tür nämlich noch offen war. Sie ist in der Nacht. Ja, wie ein Baby. Es wird nicht lange dauern. Before what? Before that. Okay. Please. Please. Can't you help me? Please. I don't know what to do. I don't want to burn. Please. Please. The others are gone. You're the only one. Please. You can't hear me here, but you can hear me in your dreams. Please. 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 Wake up and help me. Please. Ahem. Ignore sie, Susan. Hör auf mich. Hilf mir. Bitte. Hey! Ignore sie, Susan. Ich spreche mit dir, Clown Shoes. Du... Du sprechst mit mir? Ja. Kannst du lange genug sagen, was passiert? Ich... Ich kann nicht. Du bist wie ich. Was bedeutet das? Ich bin dead? umbles nachdem du warst. Ja. Das, das sicher auch explodiert. Wir können dir mal helfen. Hier, holen Sie das. Nein, ich bin das weg. Nein, ich werde das machen. Ich kann nicht... Wir brauchen die Hilfe. Wir müssen dich aufnehmen. Wir können Sie. Was ist die Problem? Ich kann nicht. Was sind Sie so scared? Du bist***. we can help you move on you don't want to oh you're afraid are you you believe this guy uh what does he want what do you want safety sanctuary it's following me waiting watching trying to take me but it hasn't caught me yet yeah whatever this guy's off his nut let me handle this baby doll i know how to speak to spooks like this uh okay sure do it your way all right mac spill you've scared these girls literally to death and i want to know why what are you so afraid of i i don't want to burn burn oh i get it you think you're going to hell it's the devil himself he told me please don't make me go you're scared of the devil huh yes yeah well i don't see any devil there's just you and me and you know what oh wow i'm worse than any devil you'll ever see hey i've been doing this for 40 years bucko every ghost i meet goes to their final rest one way or the other you're scared i don't give a rat's ass two people are dead because of you so take the damn tie and let's get this over with oh you can't make me don't make me burn please hurts don't it oh ghosts aren't supposed to feel pain but i've learned some tricks now take the damn tie joey stop it uh give her a chance you want to handle this go right ahead let's see you do any better by the guild card talk about running try and give hope i know a safe place you can hide there really where is it not far but you'll have to trust us trust you why should i trust you but the good card because of your great experience because you care about others because nobody else will help because nobody else has offered to help you before right yeah you ask and ask for help but nobody answers right no nobody answers well we have we're gonna help you has anybody else said the same no 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 they haven't i think oh i'm so tired of running if you say you can help me i believe you neat what needs to be done just listen to my friend here just take the tie you know what to do i can't believe she pulled that off ow you were right i feel safe are you ready okay war ja nicht so schwer i really think so it's really nice out here almost like at last i have found you oh shit no you lied to me what it's here you lied what's that oh 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 crap joey joey get me out of here stay away stay away stay away there is nowhere to go you cannot return to the mortal world you can only go through me accept the punishments for your sins and come with me help me please you brought me here you have to save me you have to fool no one can save you now i'll give you a moment to prepare for the eternity to come but then you are mine oh den cooligen habe ich mich auch nicht mehr erinnern können helpful response confused response straight denial na what is that thing it's come to take me to hell just like it always said it would hmm okay ask about the demon the flask ask about the sins wegen dem demon vielleicht ask about help what is that thing i don't know it haunted my dreams when i was alive and wouldn't leave me alone after death and now there's no place left to run what is that in your pocket my flask yeah what's in it nothing it's just a force of habit i guess used to keep whiskey in it when i was alive okay what are your sins what have you done i don't know please god i don't know i didn't mean to kill those people it's just a bit so scared and i don't know why please help so what can i do what does he want he wants me i don't know why hmm oh und sagen ob das irgendwas ist okay okay ob das ganze ding wird in seiner weise please yeah i'm on it uh excuse me converse with me not i shall give him time to prepare himself for the eternity to come but then he is mine ask about his origins his reasons how did you get here what is here it is but an abstract concept to one such as i i move at the power of thought at the speed of death once my business is concluded i shall trouble you no more why are you after this man for his sins all this time he has not renounced them even after these many years of death he still carries them with him okay can't you just let him go he has killed many with his madness his sins weigh him down even as we speak ask yourself does he deserve mercy no i guess oh good yes you may think so but your heart does not believe it you have witnessed the results of his actions with your own eyes is he sonst noch irgendwas no kann ich mit ihm interagieren no und sind auch nicht ich weiß auch nicht wo der schlüssel herkommt schlüssel ist auch ganz toll wenn man sieht es passt hier nicht so ganz und sie doch mal hat wirklich das hier erkannt help you dude kann man hier mit ihm reden oder so ich kann jetzt auch nicht so auch nicht, weil sie sagt, ich weiß nicht, was ich mit dem Stein machen soll. Hm. Der Deacon ist carrying his sins. And the Deacon is carrying his flaske. Could this be symbolical? Tell him to drop, okay? Dein Flaske! Dein Flaske? Dein Flaske? Warum? Just do it! But, but, I can't. Why not? Because... it's my Flaske. You want to be free of that demon? Trust me. Oh, okay. You no longer carry your sins with you dead one, but they still take this place. That is not enough to save you. Okay, und ich gehe mal von aus... mash with the stone. It is done. The sins have been abolished from this place. And my claim on you dead one... is gone. This is a bit... move on... in peace... and be troubled no more. Okay, bye. He's gone? I think so. He's gone. Huh? I'm free of him. I'm really free. All this time. It's... all so clear to me now. Like, my head was full of cobwebs, and now they're gone. I... all those people who died... they killed themselves... because of me... because of me... because of me... And what do you think about that? I don't know. I didn't know what I was doing. But that doesn't excuse it. I spent most of my life as a drunk. And most of my death as a murderer. I was worried about going to hell before. Maybe I'm okay with that now. Now that I know I might deserve it. There's a fickle response. Hopeful respond, observant. You seem strangely happy about it. I'm just happy to know. You see, I was a religious man once. Before disease took my wife away... and I took to the bottle. If I'm going to hell... Well then maybe I can still spread the word of God there. Do some good for once. Well... This is it. Goodbye. And thanks. Jesus Christ, kid. You alright? Yeah. 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 I'm fine. What took you so long? It got... a little complicated. Well, I'm just glad you're okay. Let's get out of here. I need some air. I know the perfect place. He's at peace now, I guess. Wherever he is. I saved him, I think. Gave him some hope at least. He's getting no more than he deserves. No more than any of us deserve. I guess. I really wished I could've popped him one more time. He really hacked me off. Is that your answer to everything? Don't you start judging me. You managed to pull it off. I'm impressed. I'm just glad you're okay. Joey? Yeah? Why did Auntie stop? Stop what? Stop doing this. This ghost saving or whatever it is we do. Oh. Is it? Is it? Yeah. Und damit kommen wir zum Ende von The Black Worm Legacy. Der ersten von fünf Episoden. Also. Das Setting ist durchaus interessant. Ich denke man konnte schon so ein bisschen merken. Es gab immer wieder diese Punkte. Wo man zwar ungefähr wusste was man machen musste. Aber nicht wie man es tatsächlich umsetzt. Und. Klar. Die Spiele sind alle mittlerweile schon etwas älter. Und so wie ich das auch gelesen hatte. Die wären dann auch von Episode zu Episode. Von der Umsetzung her noch ein bisschen besser. Also man hatte auch dort schon ein bisschen von Episode zu Episode gelernt gehabt. Und. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja das Wichtige. Ich hatte am Anfang angemerkt. Ich hatte diese erste Episode vor Jahren mal gespielt gehabt. Und. Jetzt wo ich das ganze nochmal durchspielen durfte. Ich konnte mich an den Dog Park erinnern. Und. Das war es mehr oder weniger. Also gerade auch sowas mit dem Dämono. Dass es zwei Geister sind. Das war so überhaupt nicht mehr im System. Aber. So wie ich es verstanden habe. Die noch. Jetzt vier weiteren Episoden. Sollen nicht immer mit Rosa spielen. Sondern man springt schon mal so ein bisschen in der Zeit hin und her. Was das ganze theoretisch natürlich durchaus interessant machen könnte. Ich denke da kommt dann jetzt die wichtige Frage. Sollen wir das ganze weiter gemeinsam spielen. Ja oder nein. Wir haben gesehen. Die erste Episode war jetzt. Keine Ahnung. Bisschen über zwei Stunden lang. Vielleicht wäre ein bisschen weniger gewesen. Wenn man nicht irgendwo hängen bleibt. Also sind nicht die längsten. Und ich denke das könnte vielleicht so ein bisschen rechtfertigen. Das ganze gemeinsam weiter zu spielen. Aber. Lass es mich bitte wissen. Und für jetzt würde ich sagen. Kommen wir zum Ende. Ich hoffe das hat dir gefallen. Ich verabschiede mich. Und wir gucken ob nach dem Crash noch irgendwas passiert. Aber ich verabschiede mich schon mal. Bis dann. 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 Bis dann.